Frage der Woche! Richtig! Wer kommt am besten bei den Frauen an? Uns, ne Mannschaft! Der Köppel ist, glaube ich. Glatzenträger sind immer dicht dabei, glaube ich. Der Schwäbe ist auch bald dabei. Dauert nicht mehr lange, ne? Ich hab's schon gedacht! Wer kommt am besten bei den Frauen an? Matthias Olesen. 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 Oder Tim Lemperlem. Hallo, schön gesehen. Davy. Wir haben gesagt, egal was kommt, dass wir Davy sagen. Linton. Linton Meiner. Ja, 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 haben schon einige gesagt. Mein Name? Ich würde Linton Meiner sagen. Ja, glaube ich auch. Linton. Wer kommt am besten bei den Frauen an? Überall. Wer kommt an? Kili. Gib nur einen. Linton Meiner. Hast du Davy? 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 Oh, ein Gospodar.